Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, die Sonne scheint, es ist ein schöner Tag, die Vögel zwitschern und das 54-Bepferderennen des Märchenwaldes steht an. Drei, zwei, eins, wuuuuh, klasse, klasse. Klasse, los, gib Gas, schneller, weiter los, klasse, ein Tor, ein Tor, ein Tor, ein Tor, los, wuuuuh, und der Gewinner ist das Einhorn, meine Damen und Herren, oh mein Gott, sehen Sie, was da kommt, ein T-Rex, was machen wir los, oh mein Gott, Hilfe, ein T-Rex, ein Baby, ein Baby.